Cochee-Erfahrungen. Ist Cochee die beste Plattform für deine Online-Kurse? Genau diese Frage wollen wir uns in diesem Video anschauen. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Roman vom Online-Marketing-Mastermind-YouTube-Kanal. Deinem YouTube-Kanal für deinen Erfolg im Online-Marketing. Falls du neu hier auf dem Kanal bist, unterhalb des Videos, ist der Abonnieren-Button. Klick da drauf, aktiviere die Glocke und dann wirst du immer informiert, wenn es ein neues Video auf dem Kanal gibt. Beispielsweise zu so einem tollen Tool, wie wir es uns heute anschauen. Denn heute schauen wir uns Cochee an. Cochee ist eine Plattform für Online-Kurse, mit dem man Mitgliederbereiche erstellen kann. Aber nicht nur das, denn es kann noch viel mehr. Und die Frage, die ich ja eingangs gestellt habe, war, ist Cochee die beste Plattform, die es aktuell gibt? Und das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten, denn das hängt ganz davon ab, was du für Bedürfnisse hast. Deswegen will ich dir Cochee hier vorstellen. Ich will jetzt kein 1-zu-1-Tutorial, wie du jeden einzelnen Schalter und jeden Klick setzt, damit das alles klappt. Sondern ich will dir einen Eindruck geben von der Software. Ich will dir die Vorteile zeigen. Ich will dir aber auch die Nachteile zeigen, gerade im Vergleich vielleicht zu einer anderen Software, damit du für dich entscheiden kannst, ob für dich die richtige Plattform denn ist. Mit Cochee kannst du Mitgliederbereiche für Online-Kurse erstellen. Du kannst aber auch Landing-Pages erstellen. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Das haben nicht alle Plattformen. Und du kannst natürlich auch Zahlungsanbieter integrieren, damit du darüber deine Online-Kurse auch verkaufen kannst. Beim Thema Online-Kurs-Plattformen gibt es ganze Menge an unterschiedlichen Plattformen. Und deswegen habe ich hier auf meinem Blog, das scroll ich mal hoch, habe ich einen Überblick erstellt über die besten Online-Kurs-Plattformen, die es meiner Meinung nach aktuell auf dem Markt gibt. Da findest du alle Plattformen mit den Vor- und Nachteilen, mit dem jeweiligen Funktionsumfang, damit du da für dich auch einen Überblick bekommst, was denn da das Passende ist. Link packe ich dir unterhalb des Videos. Da kannst du da nachlesen. Da habe ich auch die Cochee-Alternativen dann auch aufgelistet. Und insbesondere auch die All-in-One-Plattformen, die eben alles beinhalten, nämlich Landing-Pages erstellen, Online-Kurs-Plattformen für Mitgliederbereiche und auch eine vollständige Integration des Zahlungsanbieters. Aber heute soll es ja um Cochee gehen. Und Cochee ist, wie gesagt, eine Software, um Mitgliederbereiche zu erstellen, hat auch die Funktionen von Landing-Pages zu erstellen und hat Integrationen für diverse Zahlungsanbieter. Und du kannst es kostenlos testen, nachdem du da... Beispielsweise, indem du unterhalb des Videos auf den Link klickst, den ich dir da hinterlegt habe. ...an den Testzeitraum kommst, hast du hier quasi dein Dashboard. Aber zunächst erstmal muss man schon sagen, finde ich gut, es gibt direkt ein Video, das aufploppt, wo die Gründer von Cochee sich vorstellen. Du wirst direkt auf die Tutorials etc. hingewiesen, auf die Trainings, die du auch hier unten findest, auf den Hilfe-Bereich, den du auch hier bekommst. Wenn du hier draufklickst beispielsweise, dann öffnet sich hier direkt eine Wissensbibliothek, wo du alle im Detail Erläuterungen inklusive Videos bekommst, was du wie, wo machen und einstellen kannst. Also eine richtig tolle Sache. Und bei Online-Marketing-Software ist es ja auch immer wichtig, ein gutes Onboarding zu bekommen, weil gerade für viele Anfänger sind solche Plattformen oftmals komplex und schwierig. Und deswegen ist ein gutes Onboarding da extrem wichtig. Das Onboarding geht auch übrigens weiter per E-Mail. Nachdem du dich angemeldet hast, kriegst du, ich glaube, alle zwei Tage dann auch eine E-Mail, wo dann die wesentlichen Funktionen im Detail nochmal erläutert werden. Also eine richtig klasse Sache. Ich habe hier in dem Mitgliederbereich schon mal einen Testkurs angelegt. Das kann man hier finden. Hier hast du die Testkurse oder quasi die Kurse, die du erstellt hast in dem Mitgliederbereich. Hier ist mein Testkurs und den wollen wir uns gleich anschauen. Ich will dir hier schon einen Vorteil zeigen, warum Cochee in meinen Augen auch sehr intuitiv zu bedienen ist. Du findest in jedem Element hier beispielsweise, das du bearbeiten kannst, so ein Zahnrad. Wenn du darüber haverst, huverst, dann kannst du die Sachen bearbeiten. Oder hier auch beispielsweise komplette Elemente duplizieren, was sehr einfach ist, wenn du beispielsweise vielleicht ähnliche Kurse hast, weil hier kannst du einen ähnlichen Kurs kopieren. Und du wirst sehen später, dass du auch noch Lektionen oder einzelne Module und Kapitel auch kopieren kannst. Das kannst du löschen. Und dann hier mit dem Zeichen, das kennst du auch, kannst du die Reihenfolge beispielsweise verändern. Und hier die Sachen dann bearbeiten. Ich klicke mal hier drauf, bearbeiten. Ja, und dann findest du hier diverse Einstellungen, die du generell für deinen Online-Kurs vornehmen kannst. Hier hast du deine Domain, du kannst die Sprache einstellen, du kannst Sicherheitseinstellungen vornehmen. Und was ich ganz toll finde, ist, du kannst den Bereich, so wie ihn dann auch die Kunden sehen, ganz individuell an dein CI anpassen. Beispielsweise über eine Farbgebung. Ich habe jetzt hier, jetzt mal ist das voreingestellte Blau, ich gehe jetzt mal in Rot, ja, und dann siehst du direkt hier in dem Vorschaubild, wie es angepasst wird. Du kannst die Farben, wie gesagt, anpassen, Schriften kannst du anpassen, die Boxen kannst du anpassen, ob das jetzt, ob da Rahmen verwendet werden, und so weiter und so fort. Und du siehst, ich habe auch schon ein Logo hochgeladen, sodass du wirklich deine Mitgliederbereiche für deine Online-Kurse ganz individuell anhand deiner CI gestalten kannst. Und Coachee ist von der Bedienoberfläche immer so angeordnet, dass du, wenn du in den Bereich gehst, dann findest du hier immer ein Menü, wo du verschiedene Einstellungen vornehmen kannst, wie beispielsweise hier jetzt Einstellungen für die Startseite. Herzlich willkommen, du kannst auch ein Willkommensvideo hochladen. Du kannst hier die Integrationen einstellen, beispielsweise die Zahlungsanbieter, die hier nicht in Coachee integriert sind, aber die im Dachraum bekanntesten wie Digistore24 oder aber auch CopeCard sind hier relativ leicht zu integrieren. Auch ein Autoresponder für die Rundum-Kommunikation um deine Online-Kurse kannst du hier ganz bequem anlegen, ob das ist Klicktipp, Quentin oder sonstige E-Mail-Marketing-Tools sind. Und wenn das alles nicht reicht, hast du immer noch eine Zapier-Integration, mit deren du über 1.500 Apps und weitere Services mit Coachee kombinieren kannst. Und das ist ja meiner Erfahrung nach ja dann sehr, sehr nützlich, sodass du, auch wenn hier bestimmte Tools jetzt nicht direkt in die Software mit eingebaut sind, kannst du hier alles andocken, was du brauchst. Also das auf alle Fälle ein großer Pluspunkt. Was mir gut gefällt, ist auch die Seiten, die du zusätzlich hier erstellen kannst. Wenn du einen eigenen Mitgliederbereich hast, dann hast du ja eine eigene Plattform, eine eigene Website im Internet und dafür brauchst du natürlich auch Impressum und Datenschutz und das kannst du hier dann generieren lassen, auch mit Unterstützung. Und wie gesagt, das ist eine tolle Sache und hilft ungemein. Wir gehen mal zurück, erst mal auf die Hauptseite und schauen uns dann unseren ersten Kurs an, den wir angelegt haben. Und ich gehe auf das Zahnrad und dann kann ich den hier wieder erst mal bearbeiten. Aber bevor wir dazu kommen, will ich dir erst mal die Oberfläche zeigen, so wie das auch aussieht. Das ist also der Testkurs. Wie gesagt, alle Elemente sind über das Zahnrad hier bearbeitbar. Wenn ich hier draufklicke, könnte ich beispielsweise hier den Text ergänzen. So, was ich toll finde dann ist, wenn du auf Kursübersicht klickst, dann geht hier eine komplette Übersicht auf, wie der jeweilige Kurs strukturiert ist. Wenn ich eine Urkunde hinterlegt habe, kann ich, nachdem ich beispielsweise im Rahmen des Online-Tests oder des Online-Kurses bestimmte Prüfungen absolviert habe oder den kompletten Online-Kurs absolviert habe, kann ich dafür auch eine Urkunde ausstellen, die ich auch wieder mit meinem eigenen Design dann designen kann. Und dann kommen wir zu den drei Hauptthemen, wie du deine Online-Kurse in deinem Mitgliederbereich bearbeiten kannst. Die Kursbearbeitung, die Landing-Pages, die du erstellen kannst und dann, wie gesagt, auch Tests und Urkunden, die du auch noch festlegen kannst. Und im Grunde funktioniert das, ja, wie ich finde, sehr einfach. Ich habe hier schon mal einen Dummy-Kurs angelegt, der aus verschiedenen Kapiteln dann besteht. Und wenn ich jetzt hier ein neues Kapitel hinzufügen müsste oder wollte, dann kann ich das machen. Das wäre dann Kapitel 5. Ich schreibe das da hin, könnte eine Beschreibung angeben und dann erstelle ich das Ganze. Dann könnte ich, wie gesagt, über das Menü hier verschiedene weitere Einstellungen vornehmen. Thumbnail als Bild, ein Intro-Video und dann das Herzstück natürlich, die Lektionen. Und hier bei den Lektionen, hier bei den Lektionen, klicke ich dann einfach auf Lektion hinzufügen. Lektion 2 oder 1, ordne das dem jeweiligen Kapitel zu, klicke auf erstellen und ja, fertig ist erst mal die Lektion angelegt und dann kann ich entscheiden, ob ich dann Video, ein Text, Audio, ein Iframe einbinde, ein Thumbnail und eventuell noch weitere Downloads dazu. Wenn ich auf Video beispielsweise gehe, kann ich entweder ein Video hochladen oder was ich dann extrem praktisch finde, ich gebe hier einfach einen Link zu einem externen Hoster wie YouTube, Vimeo oder wie Stia, wie man das auch immer ausspricht, hier ein und dann wird das automatisch dann reingezogen. Das kann ich dir hier gerade mal zeigen, das habe ich hier beispielsweise gemacht und dann wird automatisch ein YouTube-Video als Lektion hier reingezogen. immer mit dem Zahnrad auf Bearbeiten und dann siehst du hier ein Beispiel-Video, das es beispielsweise auf YouTube gehostet ist und so kann ich nacheinander die verschiedenen Lektionen zu den verschiedenen Kapiteln in meinem jeweiligen Online-Kurs hinzufügen, das Individualisieren über die Design-Einstellung, das Ganze noch in mein CI packen und so sukzessive den Online-Kurs hier in dem Backend dann erstellen. Und zusätzlich kann ich dann auch bei den einzelnen Kapiteln noch Besonderheiten einbauen. Das siehst du beispielsweise hier. Dieses ganze Kapitel ist nicht direkt freigeschaltet, sondern das ist erst verfügbar nach zwei Tagen, beispielsweise zwei Tage, nachdem sich der jeweilige Teilnehmer zu dem jeweiligen Online-Kurs angemeldet hat. Somit ist es möglich, dass nicht alles direkt überladend dem Teilnehmer präsentiert wird, sondern alles sukzessive dann auch freigeschalten wird beispielsweise und es gibt natürlich diverse Möglichkeiten, wie man dann quasi Online-Kurse designen kann, anlegen kann, die in bestimmten Zeitraum laufen sollen, beispielsweise acht Wochen, sodass dann jede Woche erst das darauf folgende Kapitel freigeschaltet wird, sodass jemand nicht direkt, wenn das dann acht Wochen, acht Kapitel mit jeweils acht Lektionen sind, direkt dann auch überladen wird. Und du siehst auch hier, es ist möglich, in die einzelnen Kapitel dann auch Tests einzubauen, die dann beispielsweise ja dann auch den Lernfortschritt überprüfen können. Das habe ich hier beispielsweise gemacht, da ist jetzt mal eine Frage, schauen wir uns mal an, wie die aussieht, was ist Koji? und dann ist hier zu klicken, ja ist eine Online-Kurs-Plattform und dann kann man hier ankreuzen und ich habe das im Backend schon alles eingestellt. Das kann man dann hier über diese Schaltfläche, wo ich meine Tests hinterlegen kann und dann auch die Urkunden, die ich dir ja vorhin schon gezeigt habe. Das ist hier beispielsweise auch wieder mit eigener CI, wo ich hier das Logo oder ein Beispiel-Logo integriert habe. So und somit ist es möglich, den ganzen Testkurs wirklich ganz nach meinem Geschmack zu individualisieren. Hier kriegen wir dann wieder die Übersicht über die einzelnen Kapitel, über die einzelnen Selektionen, damit der User dann auch immer eine gute Inhaltsverzeichnis und Struktur dann auch bekommt. Du siehst, das ist super einfach, geht ganz intuitiv von der Hand, verbesserungswürdig ist sicherlich die Geschwindigkeit. Du hast gesehen, das lädt manchmal ein bisschen, es braucht also seine Zeit, bis die Software im Backend reagiert. Hier ist beispielsweise die Coji-Alternative Member Spot, die ich in einem anderen Video vorgestellt habe. Das ploppt gleich hier oben auf, ist hier etwas schneller und was mir bei Member Spot auch sehr gut gefallen hat, ist der Massen-Uploader, denn ich müsste hier jede oder muss jede Lektion einzeln hochladen beziehungsweise mit dem Link integrieren. Bei Member Spot kann ich alle Videos, die ich beispielsweise im Vorfeld ja erstellt habe, mit einem Klick hochladen lassen und so wird automatisch für jedes Video dann beispielsweise eine Lektion erstellt und das macht es dann natürlich noch angenehmer und noch schneller. Und nichtsdestotrotz bin ich hier super zufrieden. Coji funktioniert hier richtig klasse und so kann ich ja wie ganz individuell hier meine Online-Kurse anlegen und da braucht es gar nicht viel Verständnis, das ist keine Programmierung notwendig, das kriegt man mit ein bisschen Übung relativ gut und einfach hin. Zusätzlich als Ergänzung kann ich auch noch Downloads hinzufügen, wie beispielsweise Bilder, Infografiken oder aber auch PDFs und Texte, sodass dann der Online-Kurs dann so ausgestaltet ist, wie du dir das eben vorstellst. Jetzt kommen wir zu einem Alleinstellungsmerkmal, dass nicht alle Online-Kurs Plattformen haben und meiner Coji Erfahrung nach wirklich eine tolle Sache ist. Es ist nämlich das Thema Landing Pages. Es gibt einen integrierten Landing Page Builder, mit dem du Landing Pages, Sales Pages und dann auch Squeeze Pages erstellen kannst, worüber du E-Mails beispielsweise einsammeln kannst. Und das ist ein ziemlich cooles Tool, insbesondere für all diejenigen ist es sehr sehr gut, die keinen eigenen Landing Page Builder beispielsweise haben, also kein Funnel Cockpit beispielsweise, kein Builderall oder sonst was, die eigentlich oder auch kein WordPress, die das einfach nicht haben und dennoch aber Online-Kurse anbieten wollen, verkaufen wollen, dafür eignet sich eben im Endeffekt auch dieser Landing Page Builder und der ist auch super einfach zu bedienen. Ich Vorlagen, aus denen ich auswählen kann für verschiedene Themen. Ich wähle mir eine Vorlage aus, wie beispielsweise die hier, druck dann unten hier auf Landing Page erstellen und dann muss ich noch natürlich hier einen Test zwei Namen eingeben, dann rechnet der ein bisschen und erstellt mir meine Landing Page Vorlage, die ich dann anhand eines ja nicht ganz Track and Drop aber mit einem Front End Editor dann auch anpassen kann. Jetzt warten wir noch. Wir müssen ein bisschen Jeopardy Melodie einblenden. So, da sind wir auch schon. Da ist die Beispielseite, die sehen wir hier auf der rechten Seite. Das sind verschiedene Elemente. Du siehst, wenn ich darüber hover, ist auf der linken Seite dann immer das jeweilige Element wird dann quasi markiert. Ich könnte auch neue Elemente hinzufügen. Da steht eine ganze Menge zur Auswahl. Das ist so wie jeder Frontend Editor, beispielsweise bei WordPress etc., den du kennst. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, die Sachen zu bearbeiten. Ich kann hier entweder auf das Zahnrad hier klicken oder auf Design hier. Übrigens ich kann es auch verschieben, in der Reihenfolge verschieben. Wenn ich auf Design hier beispielsweise Klick geht direkt ein Bearbeitungstool nochmal auf, wenn ich beispielsweise hier Hintergrund habe und die Deckkraft verändere, dann siehst du direkt hier auch im Bild, was das konkret dann auch bei der jeweiligen Webseite oder der Landingpage dann auch bewirkt. Und das ist ja wie gesagt ziemlich einfach, sodass du anhand der Vorlagen jedes einzelne und die Vorlagen sind ja auch schon Conversion optimiert, so kannst du anhand der Vorlagen relativ einfach jedes einzelnen Teilbereich dieser Landingpage, worüber du deine Online-Kurse dann auch verkaufen kannst, bearbeiten, du kannst die Inhalte anpassen, du kannst das Design anpassen, du kannst das noch so ergänzen, wie du das haben willst und somit hast du und brauchst du keine andere Softwarelösung, um deine Online-Kurse anbieten zu können und das ist wie ich finde ein tolles Alleinstellungsmerkmal, das nicht jeder andere Anbieter auch hat, also ist Koji vielleicht die beste Online-Kurs-Plattform für dich, wenn du eben so eine andere Software nicht hast, aber eventuell Online-Kurse verkaufen wirst und wie gesagt, das ist relativ selbsterklärend, auch wieder intuitiv dann zu bedienen und deswegen gefällt mir das richtig gut. Dann kommen wir nochmal hier zurück, da waren wir schon, das haben wir schon alles gesehen, die Online-Kurse haben wir erstellt und somit denke ich, hast du auch einen guten Einblick bekommen, wie einfach und wie komfortabel man mit Koji Online-Kurse erstellen kann. Unterhalb des Videos findest du nicht nur den Beitrag über die ganzen Online-Kurs-Plattformen, du findest auch einen Beitrag über Koji, über meine Koji-Erfahrungen, damit du das alles auch nochmal nachlesen kannst mit Vor-Nachteilen und den Funktionen und du kannst da natürlich darüber dann auch deinen Testzeitraum dann starten, falls du ein Interesse daran hast. Klickst du einfach auf den Button und dann schau dir alles in Ruhe an und entscheide dann für dich, ob es für dich die beste Online-Kurs-Plattform dann auch tatsächlich ist. In dem Sinne wünsche ich dir gutes Gelingen, frohes Online-Kurs Bauen und falls du Interesse hast, auch eine Koji-Alternative dir anzuschauen, ploppt jetzt hier ein Video an und dann kannst du für dich vergleichen und in dem Sinne wünsche ich dir alles Gute unterhalb des Videos Link klicken, Koji testen und wir sehen uns im nächsten Video, dein Roman.